Jo, was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute werde ich in der Badewanne Call of Duty spielen. Ich habe nämlich Marcel sein Video gesehen, wo er im Garten gezockt hat. Das war auch richtig, richtig lustig. Das verlinke ich mal ganz oben in der Videobeschreibung. Und ich dachte mir, ich habe zwar keinen Garten, aber ich habe diese schöne, bequeme Badewanne, die meine Mom jetzt gerade schon prepariert, damit ich nicht nass werde. Und ja, wir bauen das Ganze jetzt auf und mal schauen, wie ich dann hier im Liegen spielen werde. Bis gleich. Bügelbrett, wo ist das? Im Wappchenraum. Okay, warte. Na, Mama, halt die Kamera gescheit, du hältst sie falsch rum. Andersrum. Ah, okay. Oh Gott. Frauen und Technik. Bügelbrett? Ja, ja. Das? Ja. Wie soll ich das denn dann dahin tun? No, einfach so querlegen. Nee, aber ich möchte mich doch in die Badewanne reinlegen, Mama. No, klar, hast du quer. Nicht längst, sondern genau so. Oh Gott. Damit du meine Türen stellen kannst. Also, sowas habe ich noch nicht erlebt. Das ist mein Gaining-Tisch. Aber wie soll ich das machen jetzt? Oder? Das geht ja nicht. Nee. Dann nimmst du diese Trockner, Wäschertrockner vom Balkon. Nee, das hat nie geklappt. Das hat nicht geklappt? Also, die Löcher. Soll ich nun... Oh, ich wollte es drinnen. Das muss besser klappen. Genau. Perfekt. Besser geht's doch gar nicht. Oh Gott. Das ist Gaming-Zimmer von Anton. So, Leute. Ich bin jetzt nahezu startklar. So sieht jetzt hier mein finales Gaming-Setup aus. Fehlt jetzt nur noch die Body-Lotion, Leute. Ja, Digga. Hände sind jetzt mit Grip ausgestattet. Jetzt können wir loslegen. Wir sehen uns endgame wieder. Vamos. Ja, Digga. Digga, ja. Oh, fuck. Alter, Leute. Wenn das jetzt runterfällt, ne? Ich dreh absolut durch. Oh, shit. Du musst hier voll aufpassen. In diesem Monitor jetzt. Ah. Ich bin in der Badewanne. Headset darf natürlich nicht fehlen, meine Freunde. Wireless am Start. Da erspare ich mir den Kabel. Es ist immer noch nass hier übrigens. Meine Mutter meinte, sie wischt hier alles ab. Es ist aber noch nass. So. Habe ich Gaming-Sound? Ja. Ja. Das ist geil, Alter. Ich mach das jeden Tag jetzt, Leute. Ich muss euch das zeigen, wie meine Füßchen hier drin liegen, Digga. So sieht das aus meiner Perspektive aus. Und da oben ist die Kamera mit dem besten Stativ der Welt. Nicht. Erste Runde aus der Badewanne. Nuketown ist angesagt. Vamos, Chiquito. Okay, vielleicht einer. Leuch, hier ist ja absolut niemand, Leute. Da haben wir einen geholt. Easy peasy. Perfekter Anfang. Alter. Von wo schießt du mich an überall? Boah, Leute. Da hinten hat ein Sniper auf mich geschossen. Ich glaube, einer kommt hochgesprungen, oder? Ich hab ihn gehört, den Sniper. Wenn er natürlich auch am Soundtourn hier aus der Badewanne. Nice, teammates. Geh hinter mir, spawnen die schon mal nicht. Nice. Uiuiui. Uiuiui. Ich bin hier in der richtig Scheiß-Pose, Alter. Nein. Nein. Okay, schnell zurück ins Haus. Ah! Drei vor. Nice. Oh. Oh, eins vor. Digger, ich schwöre, das ist der allererste Versuch aus der Badewanne. Direkt ladenlos. Kurz. Nein, ich hab voll Angst, gesniped zu werden, Leute. Mein Herz pocht. Ja, Digger. Schnell, Heli raus. Ich bin nur noch aus der Badewanne. Nice. Kurz chillen. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Schick, scheppert rein in die Scheiße, Mann. Scheppert rein, Alter. Ja, Digger. Komm. Wie geil ist das denn? Komm, Schicks. Ich schwitzte auch übelst auf die Schicks, aber scheiß drauf. Ganz ehrlich. Ich spiele in der Badewanne. Wenn die Gegner wissen, dass ich in der Badewanne spiele, hol mich. Oh, mein Gott, ey. Es ist niemand. Oh, da oben waren sie, Leute. Ja. Wunderter Blödsinn. Oh, da oben. Nice. Ich habe das beste Helm der Welt aus der Badewanne im Liegen. Ich spiele nur noch so. Oh, mein Gott. Ich hätte die fast alle geholt, ne? Schade, schade, Marmelade. Das ist ein ganz anderes Gefühl hier aus der Badewanne, die Streaks klarzumachen. Nice. Hier nochmal die Sense raus. Oh, da oben ist er. Hammer. Boah. 43,4, Mann. Sogar wenig Tote. Oh. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Das ist so geil, Gott. Ja. Du Bastard. 48,4. Let's go, Mann. Let's fucking go. Oh. Mein Gott. Du Frechdachs. Oh, da kommt einer außen. Oh, mein Gott. Ich fick die so tot, Alter. Oh, ist der Badewanne, Alter, Digga. Komm. Alter, was haben die für ein Aim? Kommt einer rein. Was? Ich wusste, dass du kommst. Z-King-Fates, Mann. Alter. Z-King-Fates, Mann. So ernst, ne. Hab mal ein bisschen Erbarmen mit mir. Ich spiel in der Badewanne, Digga. Oh. Ich will kurz chillen. Ich will einfach nur die Streaks klar machen. Das ist mein Ziel in jeder Runde. Nice. Ich muss meinen Kampffokus noch ein bisschen besser ausnutzen. Nice. Perfekt. Nice. Monier, Alter! Der ist mich nur am... Was ist das für ein Spawn bei ihm? Er spawnt und aint einfach gerade aus. Oh Mann, ey. Das regt echt auf hier. Ich werde echt aggressiv hier in der Badewanne. Nice. Oh, jetzt hast du kassiert, Monier, Alter. Unglaublich. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga. Nein, nein, nein. Zeig dich, Digga. Nice. Oh, wie, Alter. Let's go. Let's fucking go, man. Wow, Alter. Ey, Digga. Nein! Hey, ich werde so aggressiv hier in dieser Wanne, Mann. Jeden Schuss getroffen. Oh mein Gott, was macht er mit mir? Lasst auf jeden Fall schon mal einen Daumen nach oben da, Leute, für dieses Video. Falls ihr mehr davon sehen wollt, auch an anderen Orten. Ich werde auch in nächster Zeit sehr viel mit Marcel zusammen abhängen. Vielleicht können wir auch mal zusammen so ein Video machen an einem verrückten Ort. Also, ihr wisst, was zu tun ist. Daumen nach oben. Und ich würde sagen, wenn ich jetzt Pizza-Wurst einmal holt, das Video ist instant zu Ende. Instant. Ich sterbe nicht von Pizza-Wurst. Ist niemand. Oh, Pizza-Wurst, Digga. Pizza-Wurst, Digga. Vorsichtig. Ich hab so Angst, von solchen Leuten zu sterben. Mehr als alles andere gerade in meinem Leben. Es gibt gerade nichts Wichtigeres, als nicht von Pizza-Wurst zu sterben. Oh, Digga, wieder. Nein, von hinten. Och, Momo-Boy. Also, Momo-Boy ist auch schon sehr schlimm. Momo-Boy! Ich muss kurz chillen, Leute, die jagen mich ja alle mal. Hallo, Verona. Nein! Momo-Boy! Scheiß mal auf die Drecks-Pizza-Wurst, Digga. Momo-Boy ist der beste Spieler der Welt. 0 zu 12 steht mein Team-Mate. 0 zu 12! Ich vergesse die Namen nie in meinem ganzen Leben, Digga. Momo-Boy. Ja, Digga. Piff. Sie hätte mich fast geholt. Oh mein Gott. Schaut mal, wie ich try-harden muss für so einen Double-Kill. Das ist unfassbar. Der Pizzer-Wurst! Das war's für mich. Das sind Daumen hoch und da.